Aus dem Markus-Evangelium Wenn eine Familie in sich gespalten ist, kann sie keinen Bestand haben. Leider begegnet mir diese Tatsache eben auch immer wieder in meinem seelsorglichen Alltag, dass es gespaltene Familien gibt, wo eben eine Trennung die Rolle spielt und einen Trennungsstrich, einen dicken Strich gezogen hat in Familien oder durch Familien hindurch in den Familien hinein. Es mag verschiedene Gründe geben dafür. Das zu analysieren, das auch pauschal zu verurteilen, das steht mir nicht zu, noch möchte ich das auch tun. Ich kenne manchmal genug Gründe, genug Hintergründe, die für dieses oder jenes eine Rolle spielen können. Im Gespräch mit einzelnen Menschen bin ich da immer wieder hoffentlich auch sehr aufmerksam. Ich möchte diese Menschen heute bedenken mit dem Segen, die unter einer Trennung leiden. Diese Menschen, die vielleicht gar nichts dazu können, auch das gibt es ja. Dass wir uns manchmal Entwicklungen in Familien und im Leben einfach stellen müssen oder diese Entwicklungen und Dinge einfach so hinnehmen müssen, wie sie auch geschehen. Ich möchte diese Menschen, die vielleicht traurig sind, in den einzelnen Familien mit diesem Segen bedenken. Der Segen mag sie stärken und ihnen Mut für ihr Leben machen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.